hallo und herzlich willkommen zu einer neuen frischen folge von let's play clash of clans da es vorhin ein paar soundprobleme gab bringe ich heute noch ein video raus wegen ich weiß jetzt woran es lag und zwar ich habe ja so eine i'm sherlocks handy hülle und die die blockiert mein mikro ich glaube jetzt ist das mit der stimme etwas besser geworden und deswegen haben wir heute noch eine ganz kurze folge raus ja ich habe jetzt einen neuen clan ok ok ich habe jetzt einen neuen klaren namens die haben keinen namen ich frage nicht wie die das hinbekommen haben auf jeden fall jones der hashtag kürzel wo ich kann man im nächsten klagen mitmachen geil ja wie man sieht von den pokalen vom level ist der klaren relativ hoch also zumindest die ganz oben unten geht es ja noch so 48 ist niedrig aber das auch das niedrigste ich meine da gibt es schlimmere clans aber der clan scheint relativ nett zu sein ja und was wir in der heutigen folge machen werden was in der zweiten heutigen folge ich werde noch mal angreifen mit barge denn ich brauche money für meine mauern und ich brauche 30.000 dunkles für meine queen auf fünf damit sie die fähigkeit freischaltet und ich würde mal sagen ich werde jetzt direkt einen gegner raussuchen bis gleich und hier ein kleiner zwischen stopp bei dieser what the fuck base also das ist schon ein what the fuck base wenn man mit rates level 10 nur 6 und 6 und 7 mauern hat magiertürmer auf drei bogenschützentürmer auf vier oder was es auch für ein level ist bitte schreibt mir oder die kommentare ob der ton jetzt besser ist und ich würde mal sagen ich suche nun jetzt den gegner raus bis gleich ich bin gerade so um überlegen ob wir den nehmen sollen ich weiß nicht ob wir den schaffen aber ich glaube wir probieren es einfach mal wir schicken jetzt ein paar bar barbaren vor um zu gucken ob da ein paar riesenbomben sind denn die riesenbomben für truppen in der häufig in der großen zahl unterwegs sind sind ja tödlich deswegen ich werde nur von dieser seite angreifen ich hoffe wirklich dass jetzt mit dem ton besser deswegen ich habe mir letzte aufnahme angeguckt und die war wirklich grottig aber ich will jetzt trotzdem drauf lassen weil ich da schon ja damit man sehen kann wie ich die anfänge gemacht habe muss ich auch nur ein ganz normaler mensch bin und so ja ich hoffe wir bekommen das gold also elixier mäßig habe ich schon die nächste mauer das ist schon mal gut denn ich gehe moment hier nur auf mauern ja vielleicht werde ich auch was dazwischen machen aber sonst ich will die erst mal auf 3 8 haben weil die einfach nur premium auf der aussehen und das sieht nicht gerade gut aus aber das dunkle bekommen wir noch das ist gut das ist echt gut ja obwohl minenwerfer die machen nicht ganz so großen schaden bei der bogenschützenkönigin und wenn jetzt wenigstens auf die minenwerfer gehen würde ja es wäre gut ein minenwerfer schon mal weg das ist schon mal nicht schlecht aber jetzt gleich kommt die mauer und daran wird es scheitern ganz sicherlich auch geht die bogenschützenkönigin aus rathos eh ich brauche loot verdammt ach ist ja auch egal aufgeben scheiß das war die niederlage fuck jo was können wir noch in der folge machen ein paar neue nachrichten ja was denn hast einen neuen abonnenten freue mich schon in 2h ist golem auf 2 dann mache ich ihn gleich auf 3 weiter wird doch zeit bei vielen go why why angriffs im cw danke für dein abo smiley face ich glaube wir besuchen die mal direkt ich suche gerade in der aufnahme dein dorf abschicken ja was kann man zu dieser hammer ich sagen die ist richtig geil aus mit den level 9 mauern war richtig geil ja du hast eine halbe farmbase sind das rat das steht relativ weit draußen die bohrungen ja die x-bögen sind hammer positioniert die magertürme sind auch richtig geil positioniert so dass die jedes mal zwei lager abdecken der hier sogar drei er deckt nicht ganz zwei lager ab das ist aber auch scheißegal weil die base immer noch hammer geil aussieht und die magertürme sind auf max out die x-bögen sind auf max out die kanonen eine kanone ist max out was gerade die bogenschützentürme hoch teslas sind auf max out die bohrer sind auf max out das lager ist auf max out die minenwerfer sind auf max out die luftabwehr sind auf max out kasern sind auf max out ja egal ja die kennen das prinzip wie es weitergehen würde und ich würde mal sagen das war es dann mit der jetzigen folge das war einfach nur eine kurze folge damit ihr seht dass es auch besser geht auf dem handy wegen die an die jetzige aufnahme die war total beschissen und man konnte wirklich nichts damit anfangen aber ich lasse trotzdem drauf ich hoffe sie gefällt euch trotzdem und dass ihr sie nicht desliken werdet ja das ist das wäre schön okay bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal ciao